Was geht Leute, mein Name ist Anerl Fox und heute spielen wir A Ton of Feather. Horror in VR? Kriegt ihr von mir. Aber diesmal in 8 Bit. Ja, in 8 Bit. Die Grafik wird ein bisschen komisch aussehen, es hat einen richtig weirden Look. Aber für 30 Minuten Horror mit einer komischen Szenerie, warum nicht? In VR gucken wir uns an, nach dem Intro. Los geht's. Ja, sieht ziemlich komisch aus. Ziemlich komisch. A Ton of Feathers. 8 Bit VR Horror. Psychologically. Bisschen Comedy scheinbar, so laut der Beschreibung. Wir suchen einen Serienkiller. Bin mal gespannt. Was ich auch vermeintlich gesucht habe, ist die Einstellung. Gibt's nicht. Ich musste die Grafik ein bisschen runterstellen. Auf 0,6 Super Sampling, 60%. Hört die Musik aus. Weil es im Krotz der schlechten Grafik, ich weiß nicht, ob das vielleicht vom Pass Processing, dann schon recht wackelig läuft. Naja, aber dadurch konnte ich ja Super Sampling runterschalten, denn der Look ist ja ohnehin ein bisschen komisch. Na, wir werden einfach schauen, was uns erwartet. Vielleicht ist das auch gar nicht störend. Hat ja alles seinen Sinn und Zweck. Wir haben hier einen Schlüssel. Okay. Okay. I'm with the Department for Missing People. I've been hunting a particular person for quite some time. I needed someone with an expansive knowledge of outsider literature, like you, to read through his published letters and articles and help us catch him. His twin is now somewhere in hiding. He has killed before. If we don't catch him now, we may never... Never was. I'm the one you're using. Ich weiß nicht, ob ich die Schlüsse brauche. Ich weiß nicht, ob ich die Schlüsse brauche. Couldn't this hunt just go on forever? Some things do. Some things last a long time. He is gleich fertig. Hallo. He is up. Are you going to bet more than a few bolts this time? Robot 001. 0000. 0000. So viele Nullen. 0000. One, one. I'm going to bet a bit more than that. Yes, how about I'm all in? He's mad crazy. This I got to say. I've completely dedicated the last few years of my life with coming to this table, and having made that commitment and deciding it once and for all. Now all of a sudden I can see you there. You all are right in front of me as clear as day. I never thought I'd see this clearly. I only ever saw you with brief glimpses in the dark through luminescent warm windows, in meetings, at your desk, or at my daughter's funeral. Now, now, your ugly, your breath reeks of death. I never had any childish fantasies of conquering you. Once I thought I could join you a long time ago. You're so beyond that. Around you are the bodies of my predecessors. I'm alive. It's torn into your bedding. But you don't have to laugh at me in that way. Am I so pitiful that you have to smear it in my face like that? Yes, yes, you frightened me. You hurt me. I felt your claws ripping through my soul. Yes, I'm going to die someday. But before then, I'm going to have to face you eyeball to eyeball. You swept into this town like a plague. I let you have everything. My time, my word. Also, das ist so richtig komisch. Also, das hat schon seinen Sinn und Zweck, dass alles so ein bisschen verzerrt und die Auflösung scheiße ist. Das macht's so verstörend. Jetzt nicht horrormäßig, also würde ich jetzt nicht sagen. Aber komisch halt, irgendwie. Naja, mal gucken. Halbe Stunde lang geht die Experience. Mal gucken, was uns noch so erwartet. Ist auf jeden Fall interessant. Mal was anderes. Hi, Ben. I hope you are well. I wanted to pop you over an email to let you know about your test. First of all, thanks for completing our test. It means a lot to us. She said, she says, she will be errada with crayons. Then put black crayons all over the top of the drawing. She speculated that the black crayons felt powerful to them and was fun to use. She did not like sending kids home ugly black colored scribble. So she started collecting all the black crayons before having them do coloring. Sie können sehen, wie Wolfenstein und Battlezone in gewaltige Spiel werden, mit Storylines, die niemand genießt. Spieldesigners müssen... Sie denken, sie müssen eine Geschichte erzählen, wenn sie hohe Farbe und Erinnerung bekommen. Das vor die Linse gestellt wird? Ah, das ist so weird. Ich verstehe auch gar nicht, was jetzt hier eigentlich Phase ist. Hände. Oh. Hallo! Die Musik ist auf jeden Fall sehr interessant, sehr beruhigend. So stelle ich mir Filme in VR vor. Ich habe ein ganz anderes Feeling. Marshmallows? Marshmallows? Wie, ich könnte ihn, oder sie, oder mich, oder der Wind. Wie, ich könnte ihn, oder die Wind. Wie, ich könnte ihn, oder die Wind. Was, wenn nicht? Was, wenn ich mich weigere? Hm? Was, wenn ich mich weigere? Hm? Das ist die letzte Mal. Das war's. Was der fuck? Was erzählt er da? Das ist nicht cool. Aber würdet ihr meinen Gesichtsausdruck sehen? Ich bin sichtlich verwirrt. Ich verstehe es auch nicht. Okay, Englisch. Ich denke, ich denke, sie hat uns auf. Ich habe gedacht, wir werden irgendwo neu finden. Wo ich nicht immer noch sagen würde, dass ich die gleiche Geschichte erzähle. Er war der letzte Mensch, wir hatten auf Eis. Ich weiß nicht, was passiert, was zu uns passiert. Ich weiß nicht, was zu uns passiert. Ich weiß nicht, was ich nicht, was ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, was ich nicht, was ich nicht verstehe. I don't want to die. Don't let me die. Ah, ssss. Don't jump scare me. Hallo? Hallo? Das sind mehrere Geschichten, oder wie? Ich möchte hinlaufen. Ich weiß, irgendwann kommt die Wand. Ich wollte es einfach nicht mehr sein. Es war eine schwierige und französische Zeit zu sein. Es war ein Jesuit da da mit uns. Er war der erste Heilige Mann, die ich noch nie gesehen habe. Ich denke, ich bin wahrscheinlich der Einzige hier, der ist ein Mann von Gott. Wer hat mir erzählt, die Geschichte über diesen Tag? Über all die Jahre? Über wie die Menschen anstatt dich? Immerhin die schönen Farben. Der Zeichenstil ist cool. Grafik ist auch mal gar nicht so schlecht. Trotz, dass ich es krass runtergestellt habe. Und der Soundtrack ist eigentlich auch nicht schlecht. Also die Score? Aber ich bin verwirrt. Aber ich bin verwirrt. Das ist ein Mann von Gott. 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 Ich arbeite keinem Mann von Gott. Ich habe Tülpstoff gekriegt. dass es irgendwie zusammenhängt. Weihnachten? Nö, dann Sommer. Aber ich kenne einen Sch... So ein... So ein Shooter. Sag, es ist nicht so. Geschichten, oder... Hängen die miteinander zusammen? Wow. Das ist abgefahren. So ein bisschen... Eine Drohne? Warum hört immer das Lied auf, wenn es so schön ist? Das ist nicht okay. Was? Nein. 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 Okay. Ich glaube, jetzt ist Ende mit Spaß. Das war's. Wir waren die ganze Zeit so schön entspannt. Ich glaube, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Das war's. Das sieht nicht freundlich aus. Es ist ziemlich dunkel hier. Was ist das? Hä? Es ist noch etwas, das ich nicht verstehe. Ich auch nicht. Was ist das? Warum hast du mich nicht nur töten? Hä? Warum hast du mir gemacht, dass ich meine Liede lesen? Ich erkenne dich, als du kamst. Wir haben beide. Ich werde niemanden töten. Okay. Wie hast du mich gefunden? Warum hast du mich gefunden? Warum hast du... Ich... Ich verstehe nicht. Du hast es so geschrieben. Du hast mir gesagt. Du hast mir gesagt, warum hast du verlassen. Warum hast du einen Spiel gemacht, wo der einzige Mechanik eine Schlüssel und sie den gesamten Spiel enthält? Boah, das wird wieder weirrt. Ich verstehe nicht. Hey, hey, hey! Boah! Was sind das für Kraftausdrücke? Berück dich mal! Ich bin der Ultrasounder. Ich bin der Ultrasounder. Ich stehe bei dir. Erzähl mir, wie es endet. Ich dachte, du würde mich töten. Hast du das... Wir sind im Gerichtssaal? Hm? Wir sind im Gerichtssaal? Hallo? Wir sind im Gerichtssaal? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Nein! Ich bin der Ultrasounder. Hör. Hör auf mich. Ja, ich lasse. Was? Ich hör nichts. Ja? Ja? Hey! Fast! Sorry, verstehe ich nicht! Nimm das Gehirn! Hier! Ein bisschen Intelligenz! Tu mal was für deine Bildung! Oder trink ein bisschen Alkohol! Hilft auch manchmal! Okay, schön! Okay, schön! Ha 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 ha! Even when there was rain, you went to them and they saved her. Imagine a different story. Imagine a city. A grey city. Sometimes it's hot, sometimes it snows, but in one of the thousands of homes there's a girl who has hundreds of plants in her small flat. Her life is green. People passing can sometimes see in and see the world within. It's so beautiful and kind world. It's so beautiful. The girl falls in love with a boy who has a room of locusts. The boy leaves. The locusts stay. Her life is less green. And... ...here... 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 ...with your girl! Manchmal ist es schön, manchmal verstörend, aber es machen die gut. Dann können wir mal wieder warten. Ok, bisschen laut. Ist das real life? Was? 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 Ja. Ja. Reden. Die Schnecken jetzt oder wie? Was hat das alles zu bedeuten? Ja. 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 Mit gewissen Substanzen ist das bestimmt ein richtig interessanter Trip. Müsste man sich mal überlegen. Oh, die Musik ist cool. Hat was. Oh, ich glaube, jetzt kommt nichts mehr. Ja, ich gieße noch kurz die Musik. A ton of feathers. Ob so outmod. Oh, was für ein weirder Shit haben wir uns da gegeben. Also der Style fand ich echt ganz gut. Auch mit dem Wechsel von man fühlt sich sicher und dann dieses Verstörende. Horror würde ich jetzt nicht sagen. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eher vielleicht ein bisschen psychedelic, ein bisschen Psycho-Thriller-mäßig. Ich glaube, wenn man wirklich genau zuhört, was der Erzähler so erzählt. Könnte es durchaus vielleicht relevant sein. Ich habe mich jetzt nicht darauf konzentriert. Eher über das Visuelle habe ich mich gewundert. Oh ja. Ach, bitte. VR. Ich meine für euch wahrscheinlich, wenn ihr das Video schaut, habt ihr nicht genau das Feeling. Aber ihr könnt mir glauben, in VR ist das schon recht cool. Und die Möglichkeiten sind nach wie vor offen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Arnold Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.